Hi, mein Name ist Axel von RedRace und bei dem heuligen Park2-Workshop zeige ich euch, wie ihr einen Gang oder das Ritzel hinten wechselt bei eurem Fixie. Zuallererst baut ihr das Rad natürlich aus, dann müsst ihr den Lockring lösen und das Ritzel und das zeige ich euch jetzt. Kette einfach vom Kettenblatt runternehmen. Was es jetzt zu beachten gibt, der Lockring löst er immer mit dem Uhrzeigersinn und das Ritzel gegen den Uhrzeigersinn. Da braucht ihr dafür einen Hakenschlüssel und eine Kettenpeitsche. Dann einfach das neue Ritzel aufdrehen. Packt vorher ein bisschen Fett auf die Gewindegänge, weil wenn ihr einen Stahlritzel habt und das anfängt zu rosten, dann kann es auch passieren, dass es fest setzt. Ritzel aufdrehen mit dem Uhrzeigersinn, dann ein Lockring wieder auf und das ganze halt alles festziehen. Das war's schon, jetzt müsst ihr nur das Hinterrad nochmal einbauen. Mein Name ist Axel von RedRace, das war der Park2-Workshop. Hier wechsle ich mein Ritzel. Bis zum nächsten Mal.